Und jetzt machen wir eigentlich etwas völlig Abartiges. Und zwar das nächste Orchester, das Sie jetzt hören, spielen gar kein Dixieland, sondern sie spielen Musik aus der Stadt, in der der Jazz überhaupt geboren wurde, nämlich New Orleans. Und sie spielen das so wahnsinnig perfekt, dass man meint, man hört das Kuschen von einer 78er-Platte. Und zwar hören Sie sie jetzt einmal mit zwei Stückchen. Und ich danke von Neo und Deep Henderson. New Orleans hat das Jazzorchestra aus Basel. Musik 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 dude Musik 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 Applaus 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 New Orleans Hotlips Jazz Orchestra aus Basel Und jetzt ist es bereits so weit dass ich Ihnen das letzte Stückchen ansagen muss Das ist so, im Dixieland geht die Zeit so wahnsinnig schnell rum und so ist es wahrscheinlich auch der Harlem Ramblers gegangen und der Wolfrin Sie sind einmal proben miteinander und dann haben sie ein bisschen gespielt und plötzlich sind 30 Jahre rum So schnell geht das Mir bleibt nichts mehr anders übrig als mich von Ihnen zu verabschieden Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Zuhören und Dankeschön Ihnen da Sie haben ganz ganz toll mitgemacht Jetzt noch einmal New Orleans Hotlips Jazz Orchestra mit Variety 望 Deutsch Publikum Vogel Musik 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 Musik